Los geht's. Ah, Bitch. 99. Ja, neue Stufe. Lass die Finger davon. Nein. Nein, halt die Fresse. So. Yay. Äh, Gesundheit. Ja. Yay. Schießkorn noch ein und wir haben... Wir können Leben machen, was ich nicht brauche. Yay. Oh, ich kann den Rüstungswert nochmal erhöhen. Jetzt... Ich mein... Warum nicht? Ich mein... Noch besser. Aber brauche ich nicht wirklich. Ich werde sehr selten getroffen. Aber wenn, ist es natürlich gut, wenn man... Oh, Talos? Mit einem Vulkanglas zwei Händer. Warum nicht? Wenn wir zuhause sind, mache ich dir noch einen besseren Streitkolben. Aber dann wiederum ist deins ja gar nicht so scheiße. Oh oh. Die Tür ist vergessen. Heißt das, wir kommen jetzt wieder zu einem Deidra? 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 Scheinbar wollten sie die Tür irgendwie öffnen. Soll ich eine wegnehmen, dieser winzigen Seelensteine? Naja. Dann haben sie auch einfach nur ein Deidra-Dingens da geholt. Okay. Okay. Wir gucken mal. Oh mein Gott, da drüben wieder. Grassamen. Da sind noch mehr. Uiuiuiuiui. Ja, ich denke mal, ich werde bald auf eine andere Waffe umgehen müssen. Aber nicht jetzt bei den Zauberern. Die sind viel zu schwer. Viel zu stark, besser gesagt. Mh, hm, hm, hm. Mh, hm, hm, hm. Mh, hm, 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 hm. Oh. Kerker, Schlüssel erforderlich. Ja, ich denke mal, das kriegen wir gleich. Was ist das denn gewesen? Ein Golem? Irgendwie kommt mir das bekannt vor hier. Auch ein Schlüssel erforderlich. Eieieiei. Ist das eigentlich wichtig für eine Geschichte gerade? Ich glaube ja. Ich glaube das ist für Winterfeste hier. Was haben wir hier? Ein Sturm-Atronarchen. Das sehen wir selten. Also muss ich zugeben. Also ich auf jeden Fall. Also ne. Okay. Bücher. 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 Bestimmt kommt irgendwie. Oh sie kann 50 Bücher hinlegen in die Bücherei. Was? Sollen wir immer nach oben? Ja erstmal nach oben. Oh oh. Die haben wir noch nicht gesehen. Aber ich bin ja auch lautlos. Aber ihr nicht. Also eigentlich ist das schon seltsam. War hier nicht einer? Das ist der Hinter. Okay. Oh mein Gott. Yay. Bald habe ich alle. Bin ich echt gespannt. Naja. Weil sonst wird man bei sowas, wo man richtig viel arbeitet, kriegt man nicht wirklich eine gute Belohnung und dann bei anderen Sachen schon. Wieso habe ich das noch? Ah Schlösser knacken ist einfacher. Ach komm. So ein bisschen hergestellt. Bücher. Warum kann ich die nicht einfach nehmen? Warum gibt es nicht einen extra Button dafür? Mein Gott. Hallo. Da drüben ist scheinbar auch keiner. Oh doch. Da oben sind welche. Ei, ei, ei. Die Bibliothek ist gleich hier. Wir sind bald am Ziel. Was? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Der Geist von der... Sieht ein bisschen kaputt aus, aber mein Gott. Edel. Zerstörung verbessert. Yay. Und guck mal, richtig viel Erfahrung bekommen. Wow. Die Bibliothek hat ganz viel zerstörte Bücher. Die Bibliothek hat weniger Bücher als die Räume rundherum. Das macht Sinn. Also gehen wir nochmal zurück. Wenn wir sowieso in die Bibliothek müssen. Na, von der anderen Seite. Dann lass uns nochmal hier unten hingehen. Oh, shit, voll ins Bein. Oh, shit, voll ins Bein. Na, hast du wieder, holst du wieder dir ein. Holst du wieder dir ein. Adjir. Keine Ahnung. Kannte ich das schon? Ich trage zu viel. Komm mal, Herr Kaccio. Danke. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder zu viel trage. Ah, doch, warte. Ich weiß. Ich weiß hier. Hä, von jedem nur ein? What? Okay, hier kannst du mal das hier so ein bisschen tragen. Und das hier und das. Alles, was ich jetzt gerade nicht so brauche. Voll Leder habe ich viel zu viel Hautstoßzahn. Ja, siehst du, schon ist es wieder gut. Schon ist wieder gut. Dankeschön. Dankeschön. Hm, eine Toilette. Und dann nehmen wir das Buch der Rätsel. Ja, ich nehme keine Bücher mehr mit. Ist ja gut. Ich habe so viele Bücher mit. Komm mal her. Mein Gott, ist das lindig. Meine Fresse. So. Dann wollen wir doch mal. Ah, egal. Ich will aber das Buch mitnehmen. Das ist Schweiß. Warte mal, ich will es mithaben. So mal andere Farben dazwischen. Ist schön. Was haben wir hier so? Eine Laute. Aber nicht von irgendjemandem. Also ist egal. Halt doch mal die Fresse jetzt. So. 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 lol ist er einfach mal explodiert vor dem typen explodiert irgendwie eine dumme erfindung sondern so ein ding dann oder dumme idee so eins zu beschwören schlüssel zur festung war sie das nein das wäre zu einfach scheinbar ich habe lange kein schrein mehr aktiviert ja ich habe ein schrein ja was das beschwöre aber ich kann aber ich alles nehme ich trotzdem alles mit weil ich dumm bin so sie haben einen schlüssel für die gesamte festung aber sonst ruch da bin ich ja auch versehen auch ehe gekommen seine gold kannst du dir mal wohin schmieren so ist leicht da jetzt geht's los mhm what automatisches speichern wieso automatisches speichern ich bin nicht auf speichern ich habe nicht das speichern geklickt wieso speichert das spiel automatisch obwohl ich nirgends reingegangen bin what the fuck ewige heilung warte mal also hä nee ihr also seid in mein haus geplatzt und habt meine projekte zunichte gemacht wie schön euch kennenzulernen wer seid ihr namen spielen keine rolle mehr ihr könnt mich die ruferin nennen nö also habt ihr einen grund dafür ein solches chaos anzurichten ich bin wegen der bücher her hier gehört also nur zu ahrens lakheim wie schade ihr seht mir sehr vielversprechend aus ok ihr kommt hierher tötet meine assistenten und unterbrecht meine arbeit jo ihr habt mich verärgert da werde ich euch wohl kaum etwas geben dürfte ich bitte die bücher haben vielleicht können wir eine vereinbarung treffen lasst mich die bücher mitnehmen dann wird es auch keine weiteren probleme geben überreden gut nehmt sie und geht kommt nicht mehr zurück sonst wird euch mein ganzer zorn treffen äh nein schon gut ok wo sind die anderen beiden warum sind die katschow kommt mit die anderen beiden nicht hm ich bin jetzt ein bisschen verwirrt warum sie da jetzt ein ding draus machen ihr habt weswegen ihr gekommen seid und nun geht ok ich hab doch einen schlüssel brauche ich nochmal einen anderen schlüssel hm 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 ok wo ist jetzt der typ wo ist der typ ich bin verwirrt wo ist er denn jetzt hin oh manno ist es gescriptet von der anderen Seite verriegelt hm hm aber da war ich doch schon Okay, so, ich wurde gebeten, bringe die Bücher zurück. Was, wenn ich sie umbringen möchte? Warte, ganz kurz. Warte, jetzt setzen wir auf. Überreden ist ja langweilig. Ja, ja, ich bin wegen der Bücher hier. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich vererdet. Vielleicht können wir eine Vereinbarung. Nachdem ihr so viel zerstört habt, schön, überlasst mir den Elf. Ihr könnt mit euren Büchern gehen. Ich, äh, Moment mal, was? Er bekommt die Bücher, ich bekomme euch. Es ist ganz einfach. Aber warum? Ich, äh... Ich, äh... Besser. Wo kommt der denn her? Vorsichtig! Ja, ja, alles gut. Und? Bist ihr zufrieden? Ich habe sie umgebracht. Schlüssel zur Ritualkammer. Ich muss hier raus! Ja, 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 ja. Hä? Wie machst du das immer? Serana, du bist... Was? Ich denke mal, das war cooler so. Also... Nicht viel... Aha... Aber... Ein bisschen... Vielleicht... Doch... Ich bin verwirrt. Wie so oft. Wolfskönig... So, bist du zufrieden? Ich muss hier! Okay. Du warst eben verschwunden. Deshalb... Hä? Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Was hier lag? Fuck you! Ja, wartet. Dann gehen wir mal da unten gucken. Ah... Ah, ich habe ja gespeichert. Also... Hoffentlich. Ich will es nämlich nochmal ausprobieren. Aber ich denke mal, ich habe davor schnell gespeichert. So, zufrieden? Ich muss hier raus! Was? 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 Das Buch ist weg. Ne... Doch! Ich schaffe's nicht mehr. Wenige schonen Bücher. Da! Da! Da liegt es. Du freust dich, ne? So, und jetzt? Ich habe das erreicht, was ich wollte. Wer ist mit Danke? Über diese Angelegenheit muss erst einmal etwas Gras wachsen, ihr versteht. Man muss bestimmten Beteiligten die Chance geben zu vergessen, was ich möglicherweise getan habe. Trotzdem habt ihr mich aus diesem Käfig geholt und das werde ich nicht vergessen. Habt vielen Dank und viel Glück. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich meine, es waren alle Arschlöcher hier. Er hat aber auch, er hat ja eigentlich auch Kacke gebaut. Woho, what a body, Ruferin. Warte. Schade, ich wollte sie abfackeln. Na, okay, ja, mein Gott, das ist dann vollkommen in Ordnung. Eigentlich ändert es nichts. Ich hätte es einfach überreden können. Ich habe ein bisschen Erfahrung, aber so. Dann hätte es mir einfach sie gegeben und dann wäre er nicht da gewesen. Also, ist schon seltsam. Ich glaube, er ist erst erschienen, wenn man sich entschieden hat. Daher, egal. Gut, dann wollen wir mal. Ja, gehen wir gleich hier. Schau mal, was ist das Richtige? Dahinter war nämlich noch was hier. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das die richtige Entscheidung war. Oh, er hat schon aufgemacht. Na, dann. Ich weiß nicht, ob das gut war. Er schien aber kein super Arsch zu sein. Also, andere waren dann immer so, he he, du Idiot oder irgend sowas. Und er hat ja wirklich scheinbar sich bedankt. Mein Gott. Oh, es ist hell. Will noch jemand aufmucken? Ja, scheinbar haben wir alles fertig soweit. Dann weiß ich jetzt auch nicht, wo er ist. Ich kann aber mal von oben gucken. Oh, wer war das denn hier? Ich meine, wer hat die umgebracht? Dumme Kuh. Also, die war eine dumme Kuh, meine ich. Da hinten. Da sind Leute. Ein bisschen in der Höhle. Aber das ist doch in Ordnung. Ah, Mann, was für ein seltsames Dingens. Aber wenigstens ist abgeschlossen. Ne, ist noch nicht abgeschlossen. Warum ist Festung Dämmerlich nicht abgeschlossen? What the fuck? Kann mich irgendwo noch nicht... Kann sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich werde mal nachgucken ohne euch. Und dann werde ich euch Bescheid sagen. Bis dann. Moin, nein, war nichts. Also, gehen wir zum Haus und gucken mal, wo... Äh... Fuck you. Ich kann meine Maus sehen. Das ist nicht gut. Ich hätte nicht raus tappen sollen. Ganz schlimm. Notz dem. Scheiß drauf. Das machen wir jetzt noch schnell. Und gucken mal, wie Ilja so gemacht hat. Danke, Pferd. Und die ganzen Bücher nämlich loswerden. Yay. Ansonsten müssen wir das halt schnell selbst machen. Obwohl die ganzen Sachen wollte ich eigentlich mitnehmen. Rift und... Äh... Nicht riften. Falken. So. Sie fängt... Ah, ein bisschen hast du schon gemacht. Sehr schön. Hallo. Was braucht ihr? Du bist... Nach und nach dabei. Das gefällt mir. Das heißt, das muss ich alles selbst nicht machen. Bücherregal. Da drüben ist Himmelsrand für Entdecker. Das lassen wir natürlich da. Elf Bücher... Wenn das... Ich weh, das wird nicht besser. Also. Das, 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 das. Haben wir noch irgendwas? Was fertig ist, meine ich? Hier haben wir zwei, drei, vier. Verdammt. Hm. Nicht gut. Eigentlich ist es auch vollkommen egal. Aber trotzdem. Ja, komm. Dann machen wir hier... Einzelne noch. Bettlerprinz. Aufstand. Der Bär. Der Geist. Mythos. Dann. Was für nochmal im Erwachen der Nord? Adonathos Buch. Ich glaube, das ging nicht. Okay. Entschuldigung. Okay, die Kleinen sehen ja richtig scheiße aus. Äh, danke. Äh, danke. Ich möchte unten hinstellen. Oh ne, Aron Deals Tagebücher. Warum hab ich die noch? Hab ich die jetzt doch nicht weggegeben? Ich Idiot. Ich bin aber auch blöd. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Also hier, komm. Und das noch weg. Messia Galon. Die Kriege. Und die Adonade. Das müsste, glaube ich... Ich hoffe, ich kann das nicht weg. Hier kann ich auch nochmal elf. Ich muss aufpassen. Guck mal, irgendwas Gutes. Hat einen Wert von fünf. Die Geißel darf ich ja nicht. Okay. Schön. Schön. Jetzt muss ich nur mal ein bisschen beeilen mit dem... ...ganzen. Ne, Ilia. Gucken wir mal oben, was du oben so gemacht hast. Ja. Nicht scheiße. Die ganzen Bücher kann ich eigentlich auch hier reintun. Das ist natürlich ganz gut gemacht. Ne, Ilia. Schön weitermachen. Schön weiter dich drum kümmern. Das ist sehr brav. Äh. Immer noch Katrinas Tagebuch ist immer noch ein Quest, ein Quest-Teil. Warum? So. Meine Fresse, so viele Bücher. Die Quest-mäßig sind. Verbranntes Buch. Warum liegt hier ein verbranntes Buch? Ich kann aber schon mal die ganzen Zutaten hier reintun, weil ich möchte ja einen Turm machen mit Alchemie. Eigentlich wäre das vielleicht ganz gut, wenn ich das jetzt schon baue, wenn ich es dann kann. Äh. Ich glaube nicht. Ich habe nämlich keine Tür. Ja. Das sind Probleme, die man hat. Ich brauche nämlich, äh, dafür Krummerbahn. Ich glaube, das habe ich nur einen. Gucken wir mal ganz kurz. Ja. Ist jetzt ein bisschen doof hier. Doch. Einschloss konnte ich machen. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Vielleicht reicht das ja. Ich denke mal nicht. Ja. Drei Schlösser. Und sechs Scharniere. Fuck you. Wird trotzdem cool. So. Äh. Oh mein Gott. Nervt das. Man sieht, wenn man die, wenn man die Maus sieht. Mauszeiger. Weiß man, wie das funktioniert. Lol. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Jo. Habe ich jetzt durchgehend eine Fährt eigentlich? Jetzt brauche ich ja. Ich will trotzdem Awesome lieber dabei haben. Awesome ist stark und toll. Na okay. Das werde ich hier nach und nach machen. Jetzt geht es weiter, äh, Richtung Weißlauf. Und dann könnt ihr noch mitgucken, wie wir dem, unserem Sohn was schenken. Wo ich den Namen vergessen habe. Das ist echt traurig, oder? Wie hieß mein Name? Wie hieß mein, wie hieß mein, wie hieß mein Name nochmal? Wie hieß nochmal mein Sohn? Vergessen. Oh. Das PM. Ups. Und eine Puppe habe ich auch. Also habe ich für beide etwas. Hallo. Ihr seid wieder zu Hause. Hallo, Alessan. Okay. Habt ihr mir etwas mitgebracht? Ja, habe ich. Was möchtet ihr denn? Na, Süßigkeiten sind immer gut. Oder neue Kleidung. Oder vielleicht ein Holzschwert. Alle meine Freunde haben Holzschwerter. Werde ich suchen. Ja, das habe ich. Wow, wirklich? Was ist es denn? Ich habe Vulkanglas durch der Angst, mein Sohn. Nein, hier die blaue Jungtunika. Danke. Bitte. Grün fand ich aber schöner. Kann ich hier wieder umziehen? Verdammt. Ah, die ganzen Bücher. Null. Null. Das sieht schön aus, aber. Ich mag diese Wohnung. Daher kann ich sie nicht vermieten. Okay. Dr. Watt hiermit. Ich werde mal was essen. Und dann gucken wir mal. Wir haben Kacho wieder. Endlich. Hallo. Hallo. So. Und. Sarana, du bist auch toll. Aber du willst ja irgendwie nicht. Du bist ja immer so. Aber du bist toll, weil du redest. Und du bist nett. Und ich mag dich. Und du bist stark. Und du meckerst mich nicht an und so. Das finde ich toll. Also ohne Grund. Man darf mich ruhig anmeckern, wenn ich Scheiße baue. Ne? Ne? Ihr seid beide toll. Bis dann. Ich werde dann mal alles wieder wegräumen. Ah. Ach, warte. Einfach mal ein bisschen ausruhen. Schön, ne? Na, erzähl doch mal so von dir. Du willst nicht von dir erzählen. Aber erzähl doch einfach mal so. Small talk. Also jetzt. Oder einfach Sachen, die. Was hast du erlebt? Du musst ja nicht von dir erzählen. Sondern. Na, was war das Witzigste, was du jemals erlebt hast? Ja. Karcho? Auch Karcho will nicht sitzen. Passt auf, wenn es auf ist. Wach, Katze. Ach, ja.